Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ford Motorsport. Das große Finale der Ford Mustang Tour steht jetzt wahrlich an. Das letzte Rennen der Wildpferde Serie und dann entsprechend auch das Showcase Event, was wir uns heute eben hauptsächlich anschauen wollen. Aber eins nach dem anderen, wir gehen rein ins Finale und ja, die Finalstrecke, die gefällt mir ehrlicherweise nicht so. Ja, also Virginia International Raceway eigentlich eine geile Strecke, allerdings unser Fahrzeug ist ja mehr eine Power-Semmel als jetzt ein Kurvenräuber. Und hier ist eigentlich ja Kurvenräuberei schon eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Und ja, wir haben kein Limit oder keine Limit an Hebung und dementsprechend können wir da auch ran nicht viel ändern. Klar, wir könnten jetzt versuchen, das Fahrzeug nochmal komplett umzubauen, werde ich jetzt aber nicht tun. Wir nehmen es jetzt einfach mal so an und gucken einfach, was am Ende dabei rausspringt. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir springen auch direkt ins Rennen und schauen mal, was es wird. Eieieiei, also die Kombination ist auf jeden Fall nicht meisterschaftswürdig. Also unser Fahrzeug auf der Strecke, also sagen wir es mal so. Wenn es die normale Virginia-Variante gewesen wäre, glaube ich, wäre vielleicht noch was gegangen. Aber dadurch, dass wir einen der großen Kursen fahren, in dem Fall jetzt den Best-Kurs, ey, ne, das passt gar nicht. Wir wissen alle, die KI ist hier sehr, sehr stark. Und hier braucht man einfach ein Fahrzeug, was einfach supergut Grip einfach hat in jeder Lebenslage. Und das haben wir einfach nicht. Da müssen wir ehrlich sein, also auch wenn die Ausgangslage dieser Meisterschaft super spannend ist, aber ja, das werfen wir quasi jetzt mit diesem Finalrennen, glaube ich, weg. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir am Start hinbekommen. Meine Devise ist, lieber jetzt ein bisschen Rabiat fahren, ein bisschen mehr Lackaustausch, um sich einfach da nach vorne zu prügeln, im wahrsten Sinne. Ich meine, wir sind ja auch in der Wildpferdeserie, da dürfen wir auch ein bisschen wild sein. Deswegen nicht nachmachen, was das faire Fahren angeht. Aber anders sehe ich jetzt da keine Hoffnung. Und ja, ich habe mich aber trotzdem auf Platz 19 positioniert, weil da fahren wir zeigentechnisch. Also da will ich schon ehrlich sein. Und wie gesagt, ein bisschen Lackaustausch, das gehört doch hier so ein bisschen mit dazu. Würde ich jetzt mal einfach behaupten, da drückt mich ein bisschen hier aufs Grün. Kein Problem, hier fahre ich freiwillig übers Grün. Let's go und schauen wir uns auf Platz 6. Und die Rennleitung sagt, das war okay. Also sage ich auch, das war okay. Okay, so, jetzt hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich meine, der Abschnitt ist alles cool. Also ich sage es nochmal, der normale Virginia-Kurs wäre eigentlich ganz okay. Fahre ich super gerne. Natürlich auch liebend mit einem Fahrzeug, was ein bisschen mehr Grip bringt oder mit sich bringt. Aber ja, egal. Jetzt gucken wir aber mal, was wir hinbekommen. Wichtig wird es sein. Und das habe ich oft genug, auch mit besseren Fahrzeugen, schon nicht bewiesen. Ja, auf der Strecke bleiben. Also das ist, glaube ich, jetzt meine erste Devise. Auf der Strecke bleiben. Jede Chance, die wir kriegen können, auch wirklich nutzen. Und ja, alles weiter ergibt sich dann oder ergibt sich nicht. Wie gesagt, die Meisterschaft, der Meisterschaftsstand hat eigentlich verlautet, dass wir wirklich noch um den Sieg hätten fahren können. Aber ja, ich glaube da nicht dran. Weil jetzt kommen wir ja in dieses, ich nenne es jetzt mal Infield. Und da werden wir einfach gnadenlos Zeit verlieren. Da geht es jetzt wirklich nur darum, auf der Strecke zu bleiben. Möglichst ordentlich hier durchzukommen. Weil hier sind gerade die Darkhorses und die Shelby 350 Airpiloten einfach besser aufgestellt. Aber hey, ich finde, sowas gehört auch mal dazu und ist ja auch eine Challenge. Und warum nicht? So, hier schaffen wir es jetzt einigermaßen in der ersten Runde gut durch. Das größte Problem ist nach wie vor die Bremse bei dem Fahrzeug irgendwie. Wir haben zwar ja eine andere Bremse nachgerüstet, aber einfach das ganze Sein des Fahrzeugs ist schwierig. Also, huiuiui. So, ich denke auch mal, dass die vor uns jetzt da alles schön wegziehen werden. Und wir jetzt einfach wirklich auf uns gucken. Also, so blöd wie es klingt, aber wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir saubere, sauberes Rennen fahren, nicht abfliegen. Keinen Bremspunkt irgendwie verpassen. Und dann, ja, müssen wir halt hoffen, dass es irgendwie für eine angenehme Positionierung reicht. Wie gesagt, ich habe jetzt natürlich den Start getummelt. Einfach wieder eiskalt ausgenutzt. Weil rein von der Pace her, Platz 19 qualifiziert. Mehr war da nicht drin für mich. Ja, ihr seht schon, ey. Das ist so ekelhaft zu fahren. Sobald du irgendwo ein bisschen zu viel pushst, kriegst du die Kurve nicht mehr, so wie du sie gerne nehmen möchtest. Und, ja. Dafür haben wir halt Power. Power ohne Ende. Obwohl wir die Leistung ja gedrosselt haben. Aber ich will mich nicht beschweren, ja. Das soll jetzt gar nicht nach Mimimi klingen, sondern wirklich so, ja, so ist es. Und jetzt machen wir das Beste draus. Mal schauen, was halt am Ende geht. Mir wäre, wie gesagt, mein persönliches Ziel wäre jetzt einfach schon mal nicht abfliegen. Und das ist nämlich schon so oft passiert auf Virginia, in den Rennen, die wir hier gefahren sind. Da habe ich schon einige Seriensiege, also nicht Rennsiege, sondern Seriensiege weggeworfen wegen dieser Strecke. Obwohl, wie gesagt, ich mag die Strecke eigentlich, weil sie diesen Anspruch einfach hat. Aber nicht unbedingt mit dem Fahrzeug. Und mit dieser Art von Fahrzeug. Ja, halt nochmal. Ich glaube, ohne das Infield wäre da vielleicht sogar was gegangen. Naja, egal. Jetzt gucken wir mal. Bisschen die Rasenkande mähen. Da kennen wir uns ja aus. Bisschen Greenkeeper spielen. Bisschen Greenkeeper spielen. Ich denke, den Aufbau, den wir jetzt hier haben, den hätten wir quasi schon von Anfang an haben müssen, dass wir in Daytona beim ersten Rennen, wo tendenziell unser Fahrzeug auch besser aufgestellt war, einfach mehr Punkte hätten mitnehmen müssen. Ich glaube, das Ergebnis dort, Platz 9 war es ja, war einfach zu schlecht. Also da hätten wir, glaube ich, wirklich schon mit einem wahrscheinlich Top-3-Ergebnis rein starten müssen, wenn wir da überhaupt eine Chance hätten haben wollen in der Serie. Ich meine, klar ist auf jeden Fall, das zeichnet die Serie dann auch irgendwie aus, dass diese doch alle, ja muss sagen, der unterschiedlichen Generationen, aber der unterschiedlichen Stärken auch wirklich diese unterschiedlichen Stärken auf diesen unterschiedlichen Strecken auch gezeigt haben. Also rein jetzt von den Ergebnissen her würden wir jetzt ja nicht da stehen, wo wir stehen in der Meisterschaft. Aber dadurch, dass ja das immer wieder kunderbunt gemixt ausging in den Ergebnissen, ja, war es halt natürlich spannend, die Meisterschaft. Und ich glaube, da, wo wir halt stark waren, unter anderem Indianapolis und theoretisch eigentlich Daytona, war halt das Problem, dass ich Daytona mit zu Stock das Fahrzeug angegangen habe. Und ich glaube, wenn ich dort mit dem Aufbau schon gestartet hätte, wäre vielleicht auch ein bisschen mehr gegangen. Dann wären wir vielleicht in dieses Rennen als Meisterschaftsführender rein und dann hätten vielleicht die Punkte ausgereicht, um am Ende trotzdem noch zu gewinnen. So rechne ich mir das jetzt mal aus. Aber ja. It is what it is. Und jetzt gucken wir mal, es ist noch nicht zu Ende. Letzte Runde jetzt. Ich hoffe jetzt, dass wir einfach Platz 5 halten können. Ich glaube, das wäre das Beste, was uns passieren kann. Ja, ich bremse hier überall eher einen Tick zu früh. Nö, das könnten wir jetzt kritisieren. Aber ganz ehrlich, das sind alles so Stellen, wo man einen halben Meter zu spät gebremst und schon fliegst du ab. Und das kostet sich alles. Deswegen bremse ich lieber dann die paar Meter hier und da vielleicht zu früh. Wir wissen alle, dass die Bremsperformance nicht so konstant ist bei dem Fahrzeug. Leider. Ich hätte gerne auf die S-Klasse hochgetunen dürfen wollen. Ich glaube, da wäre sehr viel Potenzial drin gewesen bei dem Fahrzeug. Aber da hätten wir schon noch mal ein bisschen was rauskitzeln können. Aber so ist es halt. Das ist die Challenge und das macht es ja auch cool. Ich will es ja noch mal betonen. Ich habe auch meinen Spaß daran, nicht unbedingt vorne wegzufahren, sondern eben auch hier hinten mal zu sein. Natürlich, versteht mich nicht falsch, Gewinnen ist immer schön. Aber auch sowas ist ja ein cooler Kampf. Und wenn es dann am Ende dann doch für irgendwas Besonderes reicht, dann ist das ja umso, ja, wie soll ich sagen, nicht beeindruckender, sondern erfreulicher. Nennen wir es mal so. So, am Ende bleibt es der fünfte Platz. Und mal gucken, was das reicht im Gesamtklassement. Ich gehe jetzt mal davon aus, so nach Bauchgefühl würde ich sagen, reicht es vielleicht trotzdem für den dritten Gesamtrang. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Ich habe jetzt leider nicht mehr so im Kopf, was die anderen für Punkte hatten. Aber ich glaube, einer der Dark Horse-Fahrer war Meisterschaftsführender. Ich weiß noch nicht welcher. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Und ja, wir bleiben so ganz weiter. Habe ich nichts dagegen. Punktgleich mit einem Dark Horse-Fahrer ist okay. Meisterschaftsführender ist jetzt Omo, beziehungsweise der hat das auch gewonnen mit dem 350R. Ja, ich glaube auch, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ich glaube, der 350R wäre auch die mitbeste Wahl gewesen in dieser Serie. Einfach aufgrund dessen, dass eben das Limit nicht auf S700, S800 meine ich, erhoben wurde. Und dementsprechend, ja, ich bin zufrieden, so wie es lief. Also zweiter Platz nehme ich gerne mit. Und ich würde sagen, damit, ja, schauen wir uns jetzt mal die Showcase-Geschichte an. Ja, und da haben wir das Ganze. Und da dürfen wir auf Sunset Peninsula fahren, auf der Gesamtstrecke rückwärts. Alles klar, finde ich gut. Ja, wählen wir das Ganze mal aus. Und ja, auch wieder A700. Das Fahrzeug war ja auch schon mit Teil der Serie gerade eben. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir auch die gleichen Gegner haben werden. Fünf Runden dürfen wir fahren. Das finde ich cool. Wir nehmen jetzt aber auch das ganze Training, das alles drumherum mit. Ich hätte jetzt auch gesagt, wir gehen hier schon mal einfach rein ins Fahrzeug, weil es mich einfach interessiert, was könnten wir denn umbauen? Also wir könnten schon mal bessere Bremsen noch mal verbauen. Ja, in zwei Stufen. Fahrwerk wäre möglich. Also da ist schon einiges drin. Auch Gewicht, denke ich mal, wird hier ein großer, entscheidender Punkt sein oder Faktor sein. Und Reifenmischung. Und die können wir leider nicht machen. Ich würde aber sagen, dann gehen wir... Ja doch, ich würde schon sagen, das Reifenmischung würde ich schon mitnehmen. Ich will natürlich das Fahrzeug so Serie wie möglich lassen. Ich würde jetzt trotzdem auch hier ganz kurz gucken. Okay, das ist Forza-Geschichte. Okay. Wolltest du nochmal mal angeguckt haben. Alrighty, alrighty. Da gibt es auch noch ein bisschen was. Dann würde ich sagen, was machen wir denn da am besten, um vier Punkte zu drücken? Ja, das drückt es nicht. Gewichtsreduktion sowieso nicht. Das heißt aber, mehr Gewicht würde ich jetzt ungern machen wollen. Das sind vor allem fast 100 Kilo. Aber ich glaube, das bisschen mehr Grip wäre schon nicht verkehrt. Leider gibt es hier keinen Luftmengenbegrenzer. Das wäre wieder eigentlich genau das. Also das müssten sie viel mehr reinbringen, weil das Ding hat einfach so viel Leistung. Äh, jetzt bin ich gerade am überlegen. Was machen wir denn da am geschicktesten? Noch über den Ballast. Schwerer machen. Ja, machen wir jetzt halt mal. Also ich würde gerne schon die Sportgeschichte mitnehmen. Wenn die schon nicht verkehrt. Ich denke, Bremse geht nicht. Dann lassen wir das so. Einen Diff könnten wir vielleicht noch mit reinnehmen. Aber mehr dann. Halt eben nicht. So installiere ich jetzt einfach mal. Es ist nicht mehr ganz Serie, Serie. Aber ja, ich glaube, ein bisschen Veränderung darf dann schon sein. Und dann würde ich sagen, springen wir auch direkt zur Strecke und schauen mal, wie sich das Fahrzeug hier so fährt. Ja, allein vom ganzen, Und dann würde ich dir das mal werfen. Und dann würde ich es nicht mehr so fährt. Ja, allein vom ganzen Auftreten her finde ich den Selin schon mal sehr böse. Jetzt gucken wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Groß was einstellen können wir ja nicht. Ein Diff haben wir verbaut. Reifendrücke, klar, kann man immer anpassen. Aber ansonsten lassen wir das Ding jetzt, wie es ist. Wir haben es jetzt fast 100 Kilogramm schwerer gemacht. Ich hoffe aber, diese Merk-Grip, der Reifen bringt uns was. Boah, Alter, der trägt es ja richtig raus. Allerlatz, okay. Also das wird nicht einfach zu fahren sein. Also das, was wir gerade eben hatten, jetzt nur vielleicht noch mal krasser. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Bin mal sehr gespannt. Immerhin die Strecke sollte dem Fahrzeug mehr entgegenkommen, als das, was wir gerade eben gefahren sind. Jetzt fahren wir einfach mal diese drei Runden, hätte ich gesagt. Und dann nehmen wir auch das Rennen mit. Und auch hier nüben wir es, wie es kommt, wa? Aber Lichtstimmung wieder mal 1A hier. Also es ist eine der wenigen Strecken. Wo ich sagen würde, egal wie es Wetter, egal wie die Lichtstimmung ist, es sieht immer geil aus. So, das ist jetzt eigentlich fast schon der schwierigste Part hier. Runde vom Trackstrip rein, da wieder ins Kurvengeschlänge. Und dann hier die Bremsung richtig treffen, weil es macht hier richtig böse zu, die Stelle. Wenn man das da einigermaßen hinbekommt auf der rückläufigen Gesamtstrecke, dann hat man schon die halbe Strecke geschafft, gefühlt. Beziehungsweise gut, vom Oval ins Infilt rein ist auch nicht so einfach. Aber wenn man da so ein bisschen Gefühl irgendwann dafür entwickelt hat, passt das. Also was mir schon mal sehr gut gefällt bei dem Fahrzeug jetzt hier, ich weiß nicht, ob das jetzt den Reifen liegt oder am zusätzlichen Gewicht, was vielleicht die Gewichtsverteilung ein bisschen verändert hat. Oder eben am Diff, aber der hat gefühlt deutlich mehr Grip auf der Hinterachse als gerade eben der Shell BGT 500. Weil dort war halt ständig die Gefahr, dass dir die Hinterachse wegrutscht. Ich konnte nie so Gas geben, wie ich wollte. Hier ist das Hauptproblem, dass er im Einlenken ein bisschen Probleme hat oder jetzt Grip-Level, sagen wir es mal so, auf der Vorderachse extreme Probleme hat. Okay, hier bin ich fast schon zu schnell ein bisschen früher. Anbremsen noch, dann passt es hier rein. Muss natürlich jetzt auch Fahrzeug und Strecke, also die Kombination daraus auch erstmal ein bisschen lernen. Kriegen wir aber alles hin, würde ich sagen, oder nicht? Okay, das war auch zu schnell. Okay, 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 okay. Yeah, drifted like a pro. Finde aber gut, dass sie seit, ich weiß gar nicht, ab wann das losging, aber seit einigen Touren die, ähm, ja, Showcase-Events auch in der Länge ein bisschen länger gesetzt haben. Es war ja ganz am Anfang so, dass die Showcase-Events wirklich ganz kurz waren. Äh, das wäre jetzt hier wahrscheinlich so ein ein, zwei Rundenrennen geworden. Jetzt aber hier trotzdem fünf Rundenrennen, also ganz normale Distanz. Das finde ich auch gut so, dass man das Fahrzeug auch ein bisschen mehr dann schon mal da genießen kann. Okay, das war natürlich jetzt gar nichts die Runde, aber für das probiert man es aus, sodass es dann vielleicht im Rennen gut funktioniert. Was mich halt echt stört, ist die Auffahrt aufs Oval. Ich versuche jetzt mal hier viel früher innen zu sein. Aber, ne, das trägt dich so krass raus. Also, der hat gar keinen Griff auf der voller Achse hier raus. Das ist ja richtig wild. Da müssen wir ja fast schon anbremsen aufs Oval. Okay, bremsen wir mal vielleicht hier an. Okay, die Sonne steht jetzt aber auch gerade echt fies tief. Ja, ist nicht so einfach, ist nicht so einfach. Jetzt bringen wir die Runde mal noch zu Ende und dann gucken wir mal, was es bringt. Hier müsste ich eigentlich viel mehr Schwung mitnehmen, aber gut. Hier habe ich jetzt so früh gebremst. Ah, und auf dem Körb ist der so rutschig. Da rutscht er schon wieder weg. Runde davor auch, also auf dem Körb brauche ich da nicht anbremsen. Aber gut, müssen wir jetzt alles halt im Rennen besser hinbekommen. It is what it is, ne? So, was wir vielleicht noch ganz kurz gucken ist, wie das denn mit den Reifen ausschaut. Ja, hinten könnten wir tatsächlich ein bisschen wegnehmen, hätte ich gesagt. Und der Rest ist halt, wie es ist. Ja, wir können eh nichts groß ändern. Und dementsprechend gehen wir damit jetzt einfach ins Rennen. und gucken mal, was wir da reißen können. Ich glaube, es wird sogar ein Nachtrennen. Zumindest mal die Sonne, glaube ich, das ist die untergehende Sonne, nicht die aufgehende Sonne in Sunset. Ah ne, ist doch die aufgehende. Zumindest mal findet das Rennen im, am Tage statt. Okay, äh, Sprit passt eigentlich soweit. Dann würde ich sagen, direkt rein. Und die Zeit ist, boah. Ja, das Spiel kennen wir schon. Platz 90, das hatten wir gerade schon die ganze Serie. Aber gucken wir mal, ob wir uns trotzdem nach vorne kämpfen können. Aber auch hier, haben wir wieder gesehen, Dark Horse und 53R, das sind so die Waffen einfach hier. Weil die halt einfach mehr diese Streckentauglichkeit mitbringen. So würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Die anderen Fahrzeuge sind auch eher alles Power-Semmeln. Aber gut, gucken wir einfach mal, was wir hinkriegen. Gerade am Start sollten wir doch vielleicht, das ist halt ein rollender Start, das ist vielleicht nicht das Beste für uns. Stehender Start, der würde uns mehr helfen. Aber jetzt müssen wir hier in diesem blöden Knick losfahren. Da geht ja auch die ganze Traktion schon mal verloren. Aber gut, das bringen wir trotzdem mal das Beste. Also man sieht schon, wir saugen uns richtig nach vorne. Ah, der zieht da schön davor, dass ich nicht... Äh, egal, doch, passt trotzdem. Let's go. Aber der ist halt schon perfekt. Also da siehst du schon, wir haben einfach eine Power-Maschine. So, jetzt müssen wir noch aufpassen, dass wir da einigermaßen rumkommen. Sieht gut aus. Der blockiert hier den Weg ein bisschen. So, jetzt müssen wir einfach nur irgendwie das Infield überleben und dann passt das schon. Uh, was machen die da? Roadblock. Ah, jetzt muss ich mit dem wenigsten Kripp da außenrum wieder. Ihr seid mir doch welche. Ihr so Spezialisten. Da ist auch nochmal einer in. Oh Gott, oh Gott, da geht's ja immer wieder zur Sache. So, ich mogel mich da jetzt einfach mal so durch. Da kenn ich nix. Ist mal ein bisschen zu spät gebremst. Die Quittung gibt's direkt. Jetzt. Nächstes Mal bremse ich ihn nicht auf dem Körb an. Wenn der da so giftig ist. So, immerhin auf Platz 4 vorgemogelt. Also ich würde sagen, Startphase war erfolgreich. Wenn auch nicht perfekt. Wäre ein paar Punkte besser gewesen. Nicht im Knick starten müssen. Stehender Start vielleicht wäre sogar gut gewesen. Aber gut. So ist es jetzt. So. So. Aufpassen, wenn man die Curbs attackiert. Man muss es natürlich machen, aber zu viel können dann natürlich auch einen Cut geben. Oder können das Fahrzeug sehr unstabil oder instabil werden lassen. Aber ich glaube, das Potenzial von dem Selin ist auf jeden Fall gegeben. Also da könntest du auch Tuning-technisch, wenn du Freiheiten hast, bis in die S800-Geschichte zu tunen, auf jeden Fall was mitmachen. So ist es nicht. Aber gut. Edpost. Spaß macht es auf alle Fälle. Und das ist immer noch das Wichtigste. Was mir halt sehr gut gefällt bei dem Selin im Vergleich zum 2013er GT500 ist die Bremsleistung. Obwohl hier ja keine besseren Bremsen nachgerüstet wurden. Bremse einfach so viel ruhiger, so viel besser. Und aktuell können wir Platz 4 immerhin verteidigen, sage ich jetzt einmal. Also mal hier relativ viel Tempo rauszunehmen, damit wir relativ weit unten erstmal bleiben. Im Oval hier. Das war ein bisschen zu früh rein. Das haben wir jetzt gedacht, da wird das Auto ein bisschen unruhig. Ah, guck mal, wie wir uns heransaugen. Der ist halt schon echt stark, was Beschleunigung und Power angeht. Aber hier haben wir halt unser Defizit. Aber hier haben wir halt unser Defizit. Vielleicht geht er ja noch was Richtung Top 3. Mal schauen. Wir sind jetzt nämlich verdammt nah dran. Und Power haben wir hier ja, das wissen wir. Ich habe gemerkt, dass Dirty ja ein bisschen gewirkt hat. Kommt sie, jawoll. Komm, den holen wir uns noch vorm Bremsen. Sehr schön. Vielleicht geht es auch noch was. Mal schauen, wenn wir jetzt das Infield einigermaßen gut fahren und überleben. Ich hätte euch jetzt gerne auch noch eine volle Kapelle eigentlich gezeigt. Bauen wir die jetzt auch noch schnell ein irgendwie, würde ich sagen. Dann, ja, auf in die volle Kapelle. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ich bin zwar dran, aber ich habe mir leider einen Cut eingefangen. Das war nicht so gut. Bisschen zu viel riskiert. Selbst wenn ich es jetzt irgendwie nochmal schaffe, aus den letzten Ecken mich in eine Angriffsposition zu setzen, was ich nicht schaffe, weil jetzt rutsche ich hier auf den rutschigen Körb raus, würde es wahrscheinlich aufgrund der Strafe nicht reichen. Aber trotzdem sei es drum, dass ich nochmal ganz kurz an der Hoffnung schnuppern konnte, das Ding vielleicht noch sogar zu gewinnen. Stellt mich eigentlich schon zufrieden und dementsprechend nehmen wir das sehr gerne so mit. Es hat auf jeden Fall richtig viel Laune gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Auch gerade eben noch mit der vollen Kapelle aus der Außensicht. Auf jeden Fall nehmen wir das gerne so mit. Und damit sind wir tatsächlich raus mit der Mustang Tour. Spaßig war sie auf alle Fälle und es geht ja direkt weiter mit der American Thunder Tour. Da haben wir ja auch schon eben die erste Serie erledigt, die Nesca-Serie. Und dort geht es ja auf jeden Fall auch sehr spannend weiter. So oder so würde ich mich freuen, wenn du da auch wieder mit dabei bist. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschaui! Bis zum nächsten Mal.